hallo zusammen und damit willkommen zurück bei stronghold europe wir machen weiter mit der mission 850 der treason wir kämpfen mit an die wir kämpfen gar nicht mit wir kämpfen gegen die ratte und die stange die gebündelt sind und zwei philippen und 2000 wir sind in einer was auch immer das ist auch ein berg oder in der stadt an und wir haben sogar schon um mich einheiten also hier oben können wir nichts platziert aber das sind schon direkt das ist philipp das ist natürlich nicht so toll dann gehen wir mal hier unten den platz dann machen wir noch ein paar holzfiller hier und hier durch das ach das ist so und zuletzt nutzen wir noch technik die uns zur verfügung steht wo wir haben sogar groß tun jetzt bräuchten wir und wir gar nicht in dem einfachen hier und dann kommt dann wieder steuern gegen wir können auch wieder in die kzentrale bauen ja dann ist es easy jetzt machen wir sogar ein bisschen sogar nochmals vielleicht hier hin. Jetzt ein bisschen verkackelt. Ich glaube, so richtig rauszpammen wird, glaube ich, auch nicht. Aber... Nein, jetzt hätte das ja... No problem. Your popularity is rising. Your grace. Recruits needed, sire. Archers, ready! Where are we? A message from King Philip. Our flans are in tutters. What is the king to do? We stand ready. Can we lend a hand? A message from King Philip. The enemy is upon us. We must be brave. We must not falter. Hold steady. Hold steady. How might we... Excellent. We stand right where we don't. What will it be? Bravo. Can we lend a hand? We will cleanse them. We are by your side. Excellent. Wieso? Oh, jetzt mach ich mal den Buchflüsse. Ja. Ich mach mal den Buchflüsse. Ich bin die für nicht fertig, ne? Ah. Holz. das ist ja schon klar dass ich jetzt hier komplett wenn ich hier wie letztes Ja komm, die müsst ihr ja wohl hinbekommen. Das klingt eh. Ich glaub das war's jetzt eigentlich auch mit den Anforcers. Ja komm, die sind wir ja schon. Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ja, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. diese pizzi lemon squeezy würde ich mal brauchen aber dann machen wir einfach mal ein bisschen religion würde ich sagen einfach weil ich so ein großzügiger herrscher und welch ein bisschen mehr steuer mittlerweile hätte ich gern ein bisschen stein es ging die ranteln lasse ich soweit eigentlich unten die kleine kann sich halt ausbauen aber was gebaut hat dauert auch jahre jetzt und unbedingt mehr holz eine ausreichende befüllung 24 und wir machen einfach ein Oh, das war's. A message from King Philip. The enemy is upon us. We must be brave. We must not fodder. Old steady. Old steady. Alte Studien. Old steady. We are by your side. We are the black moray for them. Yes, it will be done. Na gut. You are the greatest lord. We stand ready. Godspeed. And we will stand them. So viel Geld hat er jetzt auch wieder nicht, oder? Und die hat er noch. Guck mal, ich helfe sogar der Schlange. Nein, heute bin ich ja mal ganz großzügig drauf. Apropos, die Schlange werde ich jetzt nicht besiegen. Ich habe keinen Bock, dass sie sich lange aufbaut. Du, 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 du. Ja, warte, ich will nicht, ich will nicht mal angreifen. Schatz, ich will nicht, werfen, ich will nicht, wen, ich will nicht, werfen. ich glaube ich finde es ganz die ratte zu besiegen dann kann ich mir nämlich dass man genug geld für der pulte leisten bei den menschen einfach mal hier alles anreißen gegen bogenschützen würde ich gerne meine menschen nicht eintauschen nicht eintauschen sondern in haupt die menschen nicht gerade das ist gegen Ich denke, ich bin da. Ich denke, ich bin da. zehn stück sind wir können sogar belagerungs von theoretisch und dann machen wir noch schönes jetzt 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 Ramm-Ready Ramm-Ready Rappold-Torta so Das war's für heute. A message from the snake. Who are you to challenge me and my right to rule in these lands? We'll have it down. My boy is yours. Milord? Leave him now. Eck mit dem Kram. Stone needed. Oh, stone needed. Preparing. That's a fair distance. Preparing. Instructions. Wollen wir noch mal ruhig schießen. Okay, ich meine, ich spiele nicht ein bisschen so. We are the Black Monks. Onward. We are the Black Mongols. Agreed. Archers, ready. My boy is yours. Gun speed. Milord? Moving off. Yes. Moving careful. Preparing. How might we help? Instructions. We stand ready. Rest for it. Can we lend a hand? Yes. Easy. Easy. Ja. Hm? Wo macht man das? Ja. Als Abt mal. Ähm. Ja, gut. Jetzt wollen wir mal gerne ein inneres Blumenflücken, würde ich behaupten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.